Und herzlich willkommen zu Band Nr. 47 von Haftstuhl und wir sind in der Schwarzwaldspitze und müssen gegen den Käppern. Ihr seid umsterbliches Wesen. Ihr fordert Mächte heraus, die ihr nicht versteht. Der Eingang zu Nefarien Sword wird von Red. Schwarzfaust und Seine Skop... ...belo...sinn...okrigen...bewerb. Da denkt man was mit dem Welbling, das will ich nochmal sehen. Ruf drei Welblinge herbei, erhaltet eine neue Hildenfürchtigkeit. Ok...eine neue Hildenfürchtigkeit. Das ist nicht gut. Es riecht aus, weil sie mein Handy angemacht. Geh aus. Wir sind die wahre Horde. Sieg oder Tod. So, mit dem müssen wir glaube ich normal spielen. Das sieht cool aus, wenn das so dunkel ist. Oh Scheiße. Ihr klettert den falschen Berg hinauf! Ich glaube ich stehe irgendwas schon mal rührt. Dieser Ork versteht, dass ihr etwas falsch macht! Oh mein Gott! Der Ork versteht was! Ich bin aber auch ein Ork! Alte Horde, ruft! Zwei Mal nochmal, spart nochmal. Rüstung, die Pest! Tötet den da hinten! Lass mal schaust! Was soll ich denn dagegen machen? Ich bin aber gerade hier! Ruf, Kopf vorbei! Alter, wie neu mal Hildenfürchtigkeiten! Oder gedürft! Alter! Übertrabe halt! Wenn ihr ihn auf der Hand habt! Wir müssen die Knau räumen, ja? Oh je, Drachen! Alter! Alte, Alter! а! Übertreib doch Dreck! Übertreib halt Dreck! Übertraba, Dreck! Du musst überleben, dat scheißvii! Das war's! Was muss überleben, dat scheißvii! Alter Falter, ich kundest mich sehr zart, das ist viel. Der ist extrem der Typ. Und die Verteilung vor sich. Alter Falter. Oh, das ist so viel. Das war's. Oder? Ich bin hart im Nehmen. Da sind ja schon 10 weg. 14? Ja, ist vorbei. Daddy ist vorbei. Ich kenne den nicht. Das ist schon das neue Schwarzfeld-Ding da. Der Schmoll. Ich soll ja irgendwie einen neuen Red von Schwarzfeld geben. Was müsste der sein? Uppsala. Lade legendäre Gächte ein. Garosch gegen Rent Schwarz-Faust. Wir sind die wahre Horde. Sieg und Traum. Ich bin aber auch die Horde. Ey, du musst kurz in der Verteidigung gehen. Ja, damit kann ich arbeiten. Zur Not. Wenn der Typ da kommt mit der... Scheiß Viecher. Ihr klettert den falschen Berg hinauf. Sogar dieser Ork versteht, dass ihr etwas falsch macht. Öffnet die Tore. Ach, Kiel, du bist ja schon wieder da. Mein jünger attraktiver Freund. Tötet den da hinten. Ihr Schwarz-Faust. Ork der alten Horde. Wie sah denn die alte Horde aus? Ich muss das verstehen, Mann. Lass dich im Herzen sprechen. Meine Arbeit ist von höchster Dränglichkeit. Lasst mich in Ruhe. Ich hab das Gefühl, das hat ein Drachendeck. Das ist ein richtiges Drachendeck. Macht mich ganz ruhig mit den Angriffen. Ich hab das Gefühl, ich hab das Gefühl, ich hab das Gefühl. Ich hab das Gefühl, ich hab das Gefühl, ich hab das Gefühl, ich hab das Gefühl. Achso, das ist ein super secret für mich. Das ist ein Fashwinger. Come on. Ich war mit der Welt jetzt gerade. Alter, genau ein Problem neben der Runde. Oh, den zerstört er. Ich habe meine Beute im Visier. Luchter, du Luchter! Oh, den Schürz, ihr Schaltfücher. Nein! Konzentriert euch auf den Helden, ihr Narren! Hallo, Kale. Lakaai, Diener, Soldaten der einzigen Finstern. Die Schaltfücher gehört auch! Ich bin hart im Nehmen. mesmo, in Inspirations. Also, auf einmal. Schaltfücher. Woe. 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 ich bin hart im nehmen den zorn das hilft mir aber nichts mehr scheiß gegner das sind zu viele das sind ja schon 8 8 11 haben wir schon verloren er greift ja kaum an die minions wenn er gewinnen kann das ist doch wahnsinn das ist das große problem das hier etwas halt mit dir ich kann es nicht mehr so machen ich kann es nicht mehr so machen Ich muss erst mal ignorieren. Scheiße. Ich kann nicht aber nicht lange wegwerfen. Elida, du kommst wie gerufen. Ihr wisst nicht, was euch erwartet. Kein Problem. Ah, ich hätte direkt angreifen. Die Schwarzfeldspitze gehört uns. Jo, chill mal. Der ist gar nicht verletzt. Aber warum soll ich den da groß nochmal? Ich habe doch verloren. Ah, nochmal. Kann auch nicht so schwer sein. Garosch gegen Rennt Schwarzfaust. Wir sind die wahre Horde. Sieg oder Tod. So. Ihr klettert den falschen Berg hinauf. Sogar dieser Ork versteht, dass ihr etwas falsch macht. Das war's. Das war's. Sogar muss er nämlich knapp. Meine Arbeit ist von höchster Dränglichkeit. Lass mich in Ruhe. Oh man. Nein, nein, nein. Nein, nein. Nein, nein. Da ist mal drin. Habe ich mir gedacht. Konzentriert euch auf den Helden, ihr Narren! Okay, das können wir auch mal bauen. Weg mit denen! Schau, schau, schau! Der ist gefährlicher. Mehr Schmerzen! Mehr Schmerzen, Mann! Ich trage die Kraft der Pech. Ich trage dich hier. Du bist mieses Aschlu. Erstmal weg mit denen. Dann der hier weg. Der hat gerettet einen Ruf von Gibi. Das läuft nicht aus. Drei. Das ist ein Versuch! Das ist ein Versuch. Das ist alles, was Baby. Das ist ein Versuch! Ich bin jetzt dabei. Auch ich bin mir versteck, was ich nicht mehr birer, deswegen kann ich ein Muss! Weg damit! Weg damit! Dann regelt das halt mit Wagner raus, ne? Das wird wahrscheinlich so ein Scheiß werden. Sag ich doch. War irgendwie doof. Von dem. Ich bin hart im Nehmen! Zurück auf die Arbeit! Ein Weg von dir. Sind wir gut. Warte mal, geh mir die Karte. Alter! Das ist ein Schweres genommen. Karte. Das ist ein Schweres. Wird schon mal wirklich eine Einhandschuhe gehen? Dann halt nicht. Ob der Besuch der Wolf hat keine Ahnung. Das war's. Ja, die kann ich schon brauchen, die Karte. Ich habe monatelang da drin gesteckt. Luch da, Ogre! Meine Arbeit ist von höchster Dringlichkeit. Lass mich in Ruhe! Das ist Wahnsinn mit dir. Was hab ich denn da konnte? Du hast mich doch jetzt gesehen. Oh, sowas kommt das nicht. Zauber! Noch einmal, einmal geht noch. Einer geht noch rein, einer geht noch rein, einer geht noch rein, rein, rein. Ich muss noch mal kurz in meine Hotdog reinbeißen, also in eine echte Hotdog, das deprimiert mich hier ein bisschen. Aber gut. Machst du nichts nur. Hier klettert den falschen Berg hinauf! Sogar dieser Ork versteht, dass ihr etwas falsch macht! Öffnet die Tore! Zurück an die Arbeit! Konzentriert euch auf den Helden, ihr Narren! Das war's! Das ist kein Problem. Angreif. Alter Wichser, ne? Angrebe! Oh! Genau, da triebende Karten da. Und dann 10.000 Legendären Kills. Ich bin froh auf die Eile. Das ist eigentlich schon im Let's Player, aber das reicht mir so auch. Ich bin froh auf. Ich bin froh auf. Warte, die sind froh auf. Da kann der Sack gehen. Hier. Weiche von der Sack. Die Schwarzfelsspitze gehört uns. Wir sind froh auf die Ritzen. Hier, die Sack. Warte, die Sack. Warte, die Sack. Warte, das ist richtig. So, dann spielen wir Ratner raus. So weg. Das hält, warum man diese Eile spürt. Jo. Oh, der hatte echt einen Faden. Echt, diese beschissenen Karten. Und abheilen? Er steht. Konformprobleme. Entschuldigung. 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 Ich trage die Kraft, der Pech schwingelt in mir. Ich trage die Kraft, der Pech schwingelt in mir. Die fickt ihr an die Karten. Zurück an die Arbeit. Jo, ich weiß ja nicht was. Ich konnte mit seinen übertriebenen Karten. Zehn. Dreizehn. Ich habe auch keine Karte, die das jetzt ritten könnte. Ne, nicht mal du. Ich bin hart im Nehmen. Ich muss noch Zeit da raus selber. Und besonders die Bestien, ne. an deritate. Dr. Boom. Das hat mich immer nicht zuhausei. Nein. ALLS Augsack. So, ich würde mal sagen, das war Bad Nummer 47 von Hashton. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.